Was zum Teufel ist denn das? Was ist denn los? Im ganzen Park versagen auf einmal die Zäune. Suchen Sie ein Airgrade. Sehen Sie beim Getränkeautomaten nach. Das hier soll ein Arbeitsplatz sein? Der ist vielleicht eine alte Schlampe. Die Raptorenzäune sind nicht ausgefallen, oder? Nein, nein, die funktionieren noch. Warum zum Teufel sollte er die anderen abschalten? Was ist denn der Leinhin? Juste, was bist du? Ja. Ich bin auf. Der ist ein Bruch, der sich aufstehen. Zugriff auf Hauptprogramm, Zugriff auf Sicherheitsprogramm, Zugriff auf Hauptprogramm-Menü. Ah, 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 du hast das Zauberwort nicht genannt. Bitte! Gottverdammt nochmal, ich hasse diesen Hacker-Mist! Rufen Sie Nedrys Firma an, in Cambridge. Die Telefone sind auch tot. Wo sind die Fahrzeuge stehen geblieben?